Mein Name ist Franziska Heiner. Ich bin diejenige, die diese Petition gegen das Sperren von Kinderpornoseiten im Internet angestoßen hat. Uns geht es dabei nicht darum, dass Kinderpornos weiterhin verfügbar sind, sondern wir möchten gerne, dass sinnvolle Maßnahmen dagegen unternommen werden. Es sind mittlerweile 92.117 Menschen, die genau der gleichen Meinung sind. Das ist ein ziemlich großer Erfolg. Am nächsten Mittwoch ist die Anhörung im Bundestag dazu und ich bin sehr gespannt, was es da so Neues gibt. Und deswegen müssen wir daran ändern, diese Grundrechte haben einen Wert, auch wenn sie sie vielleicht nicht sofort verstehen, aber sie wurden von Leuten niedergelegt, die ein totalitäres System überlebt haben. Das dürfen wir nie vergessen. Darauf fußt unser Grundgesetz. Deswegen müssen wir es verteidigen, die Leute, die keine Ahnung haben. Die ist einfach nicht mehr ganz leer. Und deswegen bin ich dankbar, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Applaus Das alte Volk bekämpft sich darum, die Grundrechte sind und behäußert sich an die Menschenrechte. Das tut auch ein jeder Mensch in Gemeinschaft, den Christen und der Rechtlichkeit der Welt. Und nach folgenden Grundrechte, den Binnen und 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 Binnen, und den Gesdemkin Zettel davon wünscht sich jemand mehr das zu備en. Und durchдж ideological Sinnen und Binnen 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 und Binnen. Und durch Gebäude, die Situation der Kirche kommt durchs chasedbar, Ohne Waffen zu versagen, dass sie das Leitungsgesetz und das Leitungsgesetz und das Leitungsgesetz und das Leitungsgesetz und das Leitungsgesetz. Wenn ein Grundgesetz ein Grundrecht durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur im Einzelfall werden. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Partikers nennen. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Lebensverhalt angetastet werden. Jo Leute, danke fürs Kommen! Cool! Und das gucken wir uns und wünschen wir nochmal an. Bundesfrei! 39 Städte ungefähr! Bundesfrei! Hamburg wird groß, Stuttgart wird groß, München wird groß, Karlsruhe weiß ich nicht. Nochmal! Nochmal! Ja, heute zum 60. Geburtstag des Grundgesetzes haben wir uns hier alle getroffen auf dem Vorplatz vom Bahnhof und haben aus dem Grundgesetz die entscheidenden Artikel zum Thema Meinungs- und Informationsfreiheit vorgetragen. Und auch das war ein ziemlich großer Erfolg. Das Kreuzerl hat sich anfangt! Das Kreuzerl hat sich anfangt! Danke, dass man hier imài Los- und Matthias die ganze Zeit nicht festεται hat. Vielen Dank.